So, guten Morgen, Wackbeck on Tour. On Tour. Auf die Spitze. Auf die Spitze wird's. Heute wird's geil. Wir sind gerade unterwegs, sind in Bad Kötzing, suchen uns den Watterparkplatz und dann werden wir heute 12.000 der Tour versuchen. Und Mario, alles fit? Alles fit. Bislang ist das Ziel komplett bis an die Spitze, sonst wird nicht abgebrochen. Erst wenn wir oben sind, gehen wir zurück. Schauen wir mal. Also, bis später. Jetzt sind wir da am Bad Kötzing. Da rauf. Da rauf. 5.57 Uhr am Samstag. Hervorragend. Gleich starten wir, dann geht's hoch. Und dann schauen wir mal, wie wollt das mal kommen. So, die ersten Meter. Wir mussten gerade feststellen, die Motivation ist noch nicht so da. Ja, das kommt alles erst noch. Wir sind noch im Aufwachprozess. Ja, ich bin noch nicht so. Das wisst ihr, wenn's berg rauf geht. Ja, so schaut's hier übrigens aus mit dem Teinschnegel. Richtig. Ja, bei mir fällt's bestimmt gleich um. Wo hast du denn drin gelegt? Du, 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 du. Haaaah. Wollen Sie auf den Zug füllen? Jawohl. Wie schwer ist, wir können ja mal ummachen. Alles okay. Ja? Alles okay. Alles okay. Einfach nur schee. Deine frei. Ooh. Juhu! Au! Ja, da kommt auch kein Wind. Kaitersberg. Kaitersberg. Kein Ausblick. Kaitersberg. Keine Herausforderung für mich, Mettwurst, Mario. Für mich. Kaitersberg. Wer unsere Videos fleißig verfolgt, der weiß, dass wir hier schon mal waren. Und war im Winter. Und es ist sein Shelter. Er steht immer noch. Mettwurst ist zwar nicht groß, aber es hält. Das ist der Beweis. Mettwurst Shelter. Was ist das? Das übersteht jeder bitte. Quality made in Neumarkt. Ja, und wie bist du? Immer geradeaus. Immer der Nase nach. Ach, ich hab auch ganz früh noch die Promenade. ... Wir brauchen den Spassel zu passen weil ich mal alles klein habe. Aber die Knie ist aber ok. Geil, oder? Nein, das müsst ihr nicht machen. Hör auf. Ne, jetzt krieg ich auch mal was da rein. Ich brauche frische Luft. Vielleicht. Hör auf. Hör auf. Hör auf. Hör auf. Hör auf. Dort sind rein. W telephone, dr دante, drange. Wir wollen заruhen. Das ist sie. Das war's. Da ist der Martin. Einfach schön. Ein schöner Fleck. Ja, wenn du nicht da wirst, ja. Raus. 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 Das war's für heute. 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 So schön ist der Bayerwald. Da ist noch mal ein Stück höher. Oh, 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 oh. Ich will ja nix sagen, Mario, aber da geht's. Da geht's rauf. Das heißt nicht umsonst 12.000er. Ungefähr. Das war's für heute. Ja, wir haben wir bislang ein Viertel der Strecke. Ja, ein Viertel? Wenn überhaupt. 4,5 Kilometer. 4,5 Kilometer. Das läuft doch ganz gut, oder? Ja. Das ist ein Viertel. Das ist ein Viertel. Ja. Das ist ein Viertel. Ja. 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 Schwieriger Weg. Schwieriger Weg. Schwieriger Weg. Schwieriger Weg. Also, wenn schon, denn schon. Wenn schon, denn schon. Gib ihm. Ich gehe in den Leichtner. Ein Bauch rauf. So. Alter Mann kommt. Alter Mann ist kein Ditzug. Alter Mann ist kein Ditzug. Ach. Einfach rauf. Oder weggehen könnte sein für das. Nein, da gibt es keinen. Dann warte auf den alten Mann. Ich glaube, dass die da rauf geht. Ja. 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 Mit Kamera anstatt gar nicht so einfach. Ja. Ja. Ausblick entschädigt für alles. Au. 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 Ach. Leck. Ich knackst ihn da jetzt rauf auf das Kreuz. Ha. Geh rauf. Ach. Hey, Marien. Auf geht's. Ich war schon drum. Da unten ist der alte Mensch. Der Mettwurst ist näher. Der Mettwurst? Ja. Schick mir den mal vor. Schick mir den mal vor. Schick mir den mal vor. Schwenig. 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 Da müssen wir durch. Nicht ausmachen. Kannst du es probieren? Nein? Da müssen wir sicher durch. Okay. Ganz sicher sogar. Glaub ich dir jetzt ausmachen. Kannst du mir schon mal was glauben? Ja. Ja. Schwenig. Schwenig. Bis dann andere weg? Nein, oder? Nein. Also dann. Aber ... ... ... ... ... ... ... Der Weg ist der Hitz. Das ist Bock! Fang mal! Fang! Ja, genau! Mein Stock! Der muss noch halten bis zum Armer! Nein, der geht unten, der Neuer! Schmeiß das dich! Ich komme! Wir klettern ab hier, oder? Schaut so aus! Wo ist jetzt mein Treppen? Dann gibt es keine! Super! So ist das! Ich übergebe mich! Take it! Take it or leave it! Die Drohne! Die Drohne fliegt hier zu! This is a drone! Wenn du jetzt meinen Stock kaputt machst! Der ist nicht kaputt! Dann machst du mir einen neuen! Der ist doch ideal! Schau mal die Dinger dir an! Die ist ja leichter! Ja, da bin ich hier! Der ist doch schon! Der ist doch schon! Also nicht! Huh! Aufstieg zum großen Riedelstein! Nächste Gipfel! Schauen wir mal raus! Schauen wir mal raus! Schauen wir mal raus! Richtig! Schauen wir mal raus! Auuuuh! Auuuuh! Wieder ein Sieg! Auuuuh! 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 Mario! Mario! Alles fit? Ziel kommt her! Vorne ist das Ziel! Da hinten sind wir gleich da, ein bisschen dauert es noch. Haben die Berge so an sich, Mario? Aus und ab. So, Mario ist mittlerweile auch auf den Stock gekommen. Auf den Stock gekommen, ja. Den Gandalf. Der Young. Gandalf der Runde. Wir sehen jetzt, wer runter ist. Ein dicker Mensch. Gibt es einen Online-Shop? Demnächst. Der Flickbad. So, jetzt wird es heftig. Erst der Müll-Riegel, dann der Öl-Riegel. Mayonnaise. Ja, hallo erstmal. Martin, sein Lieblingsabschnitt. Ich liebe diesen Abschnitt. Ein schöner, leichter Berg. Wie viel haben wir? Zwei Kilometer? Zwei Kilometer. Ist ja gar nichts. Auf die ein, zwei Stunden kommt es auch nicht mehr an. Ja. 1,5 Kilometer. 713 Höhenmeter. Ich habe noch 1.000 Höhenmeter gefahren. Ich brauche gar keinen Wunsch. Ich wusste noch ein bisschen. Aber der gute Herr wollte ja ganz früh los und ganz weit hinten starten. Ja, das hast du davon. 12.000 haben es 12.000. Ich will ja 8.000 haben. Nee, 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 nee. Kaputt nicht. Die Krassel haben wir auch ohne geschmissen. So Martin, jetzt haben wir einen kleinen Abstecher gemacht. Wir sind mit uns die Krassel, weil der Mario hier den Weg nicht geschehen hat. Haarschlecken. Wir sind nicht dabei. Wir haben jetzt schon am Parkplatz. Hätten wir schon an der ersten Kreuzung daneben geschlossen. Ich komme. Der nächste Aufstieg, wo der alte Mann ist, weiß keiner. Dahinten kommt der alte Mann. Ezzamardin wird das hier noch aus. Mal Zeit. Haben wir schon Mittag jetzt gleich, oder? Willst du wissen? 14 Kilometer. Nehmen wir die Hälfte. 940 Höhenmeter. Und wir sind unterwegs 5 Stunden 22. Liegen wir gut in der Zeit, hey. Mario, bis hinten. Bis hinten. Aua. Wir haben gerade festgestellt, dass wir kein Parkplatz mehr haben. 15 Kilometer, noch 700 Höhenmeter vor uns. Und wir brechen hier mit ab. Wir schicken nur ein paar Bilder vom Rückweg. Machen wir einen Ausstieg. Haben jetzt genau... Schauen wir mal. 6 Stunden sind wir unterwegs. Sind 6 Stunden unterwegs. Seht ihr gerade nicht? 6 Stunden unterwegs. Er stellt gerade nicht scharf. Ein bisschen scharf stellt. Also ich sag's euch einfach. Wir haben 6 Stunden unterwegs. 15,7 Kilometer. 1000 Höhenmeter. Und sind im Arsch. Bis zum Ausstieg noch. 6 Kilometer. Also, wir schicken noch ein paar Bilder vom Ausstieg. Und dann... Den 12.000er knackt noch anders. Aber wir versprechen besser, beim nächsten Mal gehen wir da hoch. Es gibt viele Scheißwege. Aber der Weg... Ist da eine... Sowas von Scheiße. Ha! Eine Quelle! Ich hätte da mal eine Quelle entdeckt, Mario. Also... Der Walk of Shame. Nein, der Walk of Pain. Der Walk of Pain. Der Walk of Pain. Der Walk of Pain. Ekelhaft. Aber... Ja... Verdient. Der Walk of Pain. Wir haben uns dafür entschieden. Also... Mühen wir da durch. Es bringt alles. Wenn du nicht ausreichend Getränke mitnimmst, musst du zum Walk of Pain. Ja, das war die Challenge. Wir dachten ja, da gibt es Quellen. Aus einer Quelle habe ich gehört, dass es da viele Wasserquellen geben soll. Lass dich lesen. Aber wir haben keine gefunden. Es zieht sich... Es zieht sich ganz weit hinaus. Nach hinab. Weit hinab. Es zieht sich ganz weg. Aber das Ende ist in Sicht. Ja. Aber das Ende ist in Sicht. Hey, Dicker. Ja, ja. Weil sie nicht. Geiler Scheiß. Fazit. Geiler Scheiß. Schau mal da vorne. Leute. Zivilisation. Zivilgesellschaft. Zivilgesellschaft. Da, wo wir eigentlich wegwollten. Aber jetzt müssen wir wieder zurück. Schuhwerk und Getränke. Schuhwerk und Getränke. Das Allerwichtigste. Ja, das Schuhwerk wird ausgewechselt. Definitiv. Das hat den Geist aufgegeben. Aber das blenden wir da rein. Das merke ich noch nicht schon. Wack, wie gesagt. Danke. Danke. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Und beim nächsten Mal geht's ganz rauf. Ja, da geht's ganz rauf. Ciao, ciao. Ciao. Und beim nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020